Hallo, grüß Gott, liebe Frauen und Frauen, mit Frauen darf ich ja als langjähriges Mitglied sagen, viele Grüße aus Berlin und gerne schließe ich mich dem Appell an, ein kleines Video zu drehen für das Thema für mich, für dich, für das Klima, Verantwortung. Ich glaube, das Beste ist, man überlegt sich jeden Tag bei dem, was man tut, was man denn besser machen könnte, um das Klima zu schützen und da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Man braucht ja nicht immer den Anspruch an sich stellen, dass man gleich alles auf einmal macht, aber bei dem, was man, wie gesagt, täglich tut, fällt einem bestimmt was ein, was man tun könnte. In diesem Sinne viel Spaß und ich hoffe, es kommt was raus, für mich, für dich, für das Klima und wir nutzen unsere Verantwortung.